So, hier haben wir unsere kleinen beiden, letzten vom 3.9., freuen sich auch über das schöne Wetter und draußen rumspielen zu können. Das ist so süß, ey, ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein, das ist unglaublich. Ja, auch alle draußen. Was ist denn los, ey? Oh Mensch, ich könnte die nur knutzen. Ja, von euch rede ich, ihr kleinen Rabauken, ey. Huh? Ja? Vielen Dank.